Jo Leute was geht, willkommen zurück zu Diablo 4, heute Patchday 1.1.1 kommt raus, entweder heute Abend oder für euch schon draußen, aber darum geht es ja nicht. Heute kommt das Video zu den Daily Tasks, was ich versprochen hatte, denn es gibt einige Dinge, die ihr jeden Tag abchecken könnt. Wenn ihr mal nicht wisst, was ihr tun sollt, das könnt ihr auf jeden Fall immer machen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten an, da bin ich hier auch direkt richtig, und zwar sind das die Händler. Da hatte ich schon mal ein extra Video zu gemacht, wieso die Händler vielleicht doch ganz schön gut sein können, vor allen Dingen ab Level 73. Das, wie ihr noch mal sehen wollt, auf jeden Fall hier oben mal abchecken, verlinke ich euch. Und zwar einmal schauen, was der Händler so für Items hat. Gerade Rüstung und Schmuck macht natürlich Sinn, weil da ist die Gegenstandsmacht nicht so wichtig. Und hier sehen wir schon einen direkten Ring, da sehe ich sofort, der ist nicht so gut, der hat zwar Ressourcenerzeugung drauf und Kritschung für Blitz, äh, Typ Splitt, aber sonst, Typs, Typ Blitz. Sprachenlernen, Bubble. Ey, das ist ja voll der Zugebrecher. Kritscher Trefferschaden des Typs Blitz, so. So, äh, der ist nicht so gut. Baron, Barons Erlösung, Rang für Gefährte, Schadensrektion, auch nicht so gut. So, jetzt würde ich nochmal eben schnell den Rüstungs-Dude abchecken. Übrigens, die Händler resetten ihr Angebot einmal pro Stunde, deswegen könnt ihr das natürlich auch öfter am Tag machen, aber ich sag mal so, daily kann man das auf jeden Fall einmal machen, um hier zu schauen, ob was cooles dabei ist. Eine Axt mit 750 Gegenstands macht, ist eher nicht so gut. Und dann auch den Rüstungs-Dude, wäre natürlich cool fürs Video, wenn ihr was cooles dabei wäre. Widerstand, Stellung, Widerstand, alle Werte, leider nicht. Aber ich könnte in 28 Minuten ja nochmal gucken. Äh, ich hatte in dem Video letztes Mal schon erzählt, hier können wirklich coole Sachen dabei sein. Vor allem, wenn ihr Low Level seid, 53 auf Weltstufe 3 oder 73 auf Weltstufe 4. Macht das Sinn, hier ab und zu mal rein zu gucken und zu schauen, ob da vielleicht was cooles für euch dabei ist. Als zweites natürlich die Weltenbosse. Ihr solltet sowieso alle drei Tage mindestens einen Weltenboss machen, um euch die große Truhe zu holen. Da können nämlich richtig coole Sachen drin sein. Im Weltenboss würde ich auf jeden Fall jeden Tag einmal machen, abchecken. Es gibt ja auch aktuell die Saisonreise, wo ihr in der letzten Aufgabe Weltenbosse machen müsst. Das heißt, selbst wenn ihr schon in der Saisonreise noch weiter links seid, bei 1, 2, 3, 4, 5 oder 6, könnt ihr trotzdem schon vorher hier die Dinger sammeln. Deswegen auf jeden Fall jetzt schon ein paar Weltenbosse machen. 15 braucht ihr da insgesamt. Allgemein macht es aber Sinn, den immer mal abzuchecken. Der gibt coole Elixiere, da habe ich ein Video zu gemacht. Der kann cool Loot geben. Der gibt gerade im Low Level Bereich richtig schöne Erfahrungen. Vor allen Dingen, weil mehrere Leute dabei sind, wie viele Buffs bekommen. Und halt alle drei Tage die Truhe. Deswegen Weltenboss macht auf jeden Fall Sinn. Solltet ihr auf jeden Fall einmal am Tag oder zumindest einmal alle drei Tage machen. Dann gibt es noch das PvP-Gebiet. Hier läuft nämlich immer eine Monstrosität rum. Und die gibt 5 grausige Gaben. 5 grausige Gaben einmal. Und wenn ihr dann die grausigen Gaben, nicht die grausigen Gaben, die Samen, die hasserfüllten Samen einmal abgebt, gibt es nochmal 3 grausige Gaben. Diese Aufgaben hier haben eine sehr lange Respawn-Zeit. Ihr seht das da schon. Verfällt in 22 Stunden. Das heißt, das Ganze geht einmal alle 24 Stunden. Würde ich auf jeden Fall jeden Tag einmal mitnehmen. Das sind 8 grausige Gaben for free. Da gibt es einen ganz einfachen Trick. Wenn ihr da kein PvP spielen wollt, müsst ihr das Game einmal verlassen. Der ein oder andere von euch wird es schon wissen. Dann geht ihr auf Optionen, dann auf Freunde und macht hier netzwerkübergreifende Spielen aus. Das macht, dass ihr nur noch Leute seht, die auf der gleichen Konsole, auf der gleichen Plattform spielen wie ihr. Für mich ist das jetzt der Playstation 5. Da sind die Spieler sowieso relativ wenig, im Gegensatz zum PC. Und dann seht ihr schon, hier eben hatten wir jemanden, der hier was ausgelöst hat. Der ist jetzt weg. Hier ist die brodelnde Monstrosität. Das ist auch immer ein gutes Zeichen. Und die würde ich jetzt einmal machen. Und mir die Samen holen. Mir die 5 grausigen Gaben holen. Dann das Ganze noch abgeben. Ihr könnt zusätzlich natürlich noch eine Runde laufen. Und hier diese Truhen holen. Ich hatte mal überlegt dazu ein Video zu machen. Habe ich aber gelassen. Diese unheilvollen Truhen geben viel Erfahrung. Also relativ viel Erfahrung. Geben jener als 800 bis 1000 Samen. Was rede ich da? Ich habe dazu ein Video gemacht. Ich verminke euch das oben. Ich habe dazu ein Video gemacht. Fällt mir gerade auf. Die Truhen einmal abfarben könnt ihr machen. Überhaupt einmal durchs PvP-Gebiet am Trag gehen. Lohnt sich auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn ihr hier die Monstrosität mitnehmt. Würde ich auf jeden Fall machen. Übrigens, wenn ihr dem Bild vom Druiden hier mal nachbauen wollt. Da habe ich auch ein Video zu gemacht. Werde ich euch ebenfalls auch oben verlinken. So, die Monstrosität geschafft. Da oben war es eingeblendet. Gibt 5 grausige Gaben. Und die Samen sammle ich natürlich ein. Und das Ganze gebe ich auch noch ab. Und der Totenbaum ist jetzt schon ready. Ich würde das Ganze jetzt noch abgeben. Und dann beim Totenbaum mir die Kiste abholen. Das ist jetzt für euch jetzt erstmal nicht so wichtig. Last but not least haben wir die Unique Elite Gegner. Da hatte ich euch letztens auch schon mal ein Video zu gemacht. Die über 820 Gegenstands macht. Items fallen lassen können. Da waren ein paar Kommentare dabei. Die waren ein bisschen böse. Ich habe das vielleicht nicht ganz genau in dem Video erklärt. Es macht natürlich nur Sinn, die abzufarmen, die Waffen fallen lassen. Bei den ganzen anderen Gegenständen macht ein vierter Aspekt natürlich viel mehr Sinn als ein bisschen mehr Rüstung. Bei einer Waffe machen aber ein bisschen mehr Gegenstands. Das macht sehr viel Schaden aus. Und ihr wisst, der Grundschaden, darauf kommen die ganzen Multiplikatoren drauf. Und da kann es schon Sinn machen. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel den Stab nehmen. Ich bin Level 98. Und diese 24% Kontrollverlust-Effekt. Da könnte ich drauf verzichten. Wenn ich dafür aber sagen wir mal anstatt 2500 3000 Schaden pro Sekunde mache. Weil das viel, viel, viel mehr boosten würde als so ein vierter, nicht so wichtiger Aspekt. Also nochmal, natürlich machen am meisten Sinn Waffen. Oder halt, wenn ihr im Low-Level-Bereich seid. Oder noch keine guten Sachen habt. Auch die anderen Gegenstände. Schmuck oder Ringe oder sonst irgendwas. Aber ansonsten natürlich macht es am meisten Sinn auf den Waffen. Ich zeige euch mal gerade einen. Den mache ich immer ganz gerne. Das ist hier Sir Lina. Der Ritter-Dude. Ich weiß nicht ganz genau, wie da die Respawn-Zeit ist. Darum seht ihr schon einen Stern. Ich würde einfach mal behaupten, macht den einmal am Tag. Da könnt ihr den auf jeden Fall einmal am Tag machen. Sucht euch. Ich werde euch das unten nochmal markieren. Aber ich habe dazu schon ein Video gemacht. Da habe ich alles genau erklärt. Sucht euch den raus, den ihr abfarmen wollt. Geht da einmal am Tag hin. Holt euch den schnell. Das Ganze dauert 2-3 Minuten. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Sir Lina werde ich jetzt hier mal eben wegwacken. Leider kein Drop. Wäre schön für das Video gewesen. Aber was soll's. Das waren eigentlich alle Dailies, die ich so empfehlen würde, die man machen kann. Weltenboss. Einmal alle drei Tage. Monstrosität. Einmal am Tag. Fünf große Gegaden. Gibt Samen des Hasses. Damit könnt ihr auch noch coole Sachen machen. Die Elite, Unique, Monster und natürlich die Händler abklappern. Einmal den Händler sich anschauen. Das kann auf jeden Fall Sinn machen. Wenn ihr mal live dabei sein wollt. Ich bin jetzt live auf Twitch. Heute ist ja Patch Day. Den werde ich auf jeden Fall spielen. Mit meinen Barbaren. Ich habe ja da einen richtig coolen neuen Barbarenbild gemacht. Will den unbedingt ausprobieren, wie er jetzt ist. Beim, nach dem Patch Release. Wenn ihr da dabei sein wollt, checkt euch auf Twitch ab. Ich werde euch das unten markieren. Unten ist der Link mit drin. Und würde mich selber am Follow freuen. Selber ein Like auf dem Video. Und sage bis zum nächsten Mal Leute. Haut rein.